Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Kinderspielzeugwelt. Heute möchte ich mit euch Lego-Figuren auspacken. Und zwar haben wir 5 Tüten der Minifiguren von Lego der Serie 18. Ich würde sagen, wir reden hier nicht lange drum rum. Überall ist eine Überraschung drin. Ich bin schon gespannt welche. Und wir fangen einfach mal an und machen die erste Tüte auf. Wir schütten die wieder einfach aus. Als erstes zeige ich euch mal welche Figuren es alles gibt. Es gibt nämlich 16 verschiedene Figuren. Also da bin ich sehr gespannt was wir hier drin haben. Okay das sieht aus wie eine Blume. Dann müssen wir die Beine hier durchschieben. Oberkörper drauf. Da ist im Blumentopf. Wir können das Ganze schon mal auf die Plattform stellen. Wir machen den Kopf drauf. Und fertig ist unser Blumenkostüm. Sehr cool auf jeden Fall. Stell dich mal hier hin. Und wir öffnen Nummer 2. Gucken wir mal was es hier zusammen zu bauen gibt. Okay kurze Beine. Das sieht aus wie ein Junge mit Krawatte an. Der bekommt auch Haare auf. Hier fällt natürlich sofort der Kuchen auf. Da kommen die Beine rein. Oberkörper drüber. Haare noch auf. Der bekommt noch ein Hütchen auf seinen Kopf. und wird auf seine Platte gestellt. Nummer 4. Nummer 4 hatten wir auch noch nicht. Aber den bauen wir eben zusammen. Wenn ich das richtig sehe, geht der nämlich als Legostein. Das ist aber eine coole Idee. Die Haare noch auf. Der bekommt noch einen blauen kleinen Legostein in die Hand. Und darf auch auf seiner Platte Platz nehmen. Da haben wir ihn. Der Legostein. Bis jetzt hatten wir Glück. Und wir haben keinen doppelt. Wir gucken mal den letzten. Die Nummer 5. Den haben wir auch noch nicht. Und es ist eine Rakete. Hier müssen wir mal gucken, wie man den zusammenbaut. Ich glaube, wir müssen erst den Kopf drauf machen. Den Kopf hier reinstecken. Die Beine dran. Und dann haben wir es schon. Da ist die Rakete. Da sind unsere 5 Figuren. Ihr seht sie jetzt von oben. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ihr seht die Figuren jetzt nochmal alle von nahen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, esслasse. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.